hallo hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge clash royal mit whatsapp genau wir spielen heute schiffe versenken wir haben lauter spells am start damit werden wir die unserem gegner dem die macho down machen und dann werden wir gucken wer das ganze spiel gewinnen wird ich hätte gesagt wir starten einfach mal in den fight hinein da fragt er eh schon an der gute mal schauen wie sich das ganze entpuppen wird ich dann erstmal eine pump hin ich weiß auch nicht ob ich direkt auf den kraut gehen soll oder nicht ja ich denke das ist eine ziemlich lustige challenger macht erst meinen sammler mit dauerne ja aber ich habe auch einen rausbekommen so leute er spiegelt auch die rakete seiner karte in der rakete dürfte halt stärker sein als meine auf jeden fall davon gehe ich mal ganz stark aus sogar okay sein minimal stärker sogar nicht viel ja also ich weiß nicht ob ich das gewinnen werde werden wir gleich sehen ich kann mal kurz vor laufen ich weiß nicht ob er höhere karten als ich aber ich finde das eine relativ lustige challenge so haben wir den feuer war raus und den lieben blitz zauber und allem drum und dran komplett raus okay wir setzen neun elixier warten kurz ich werde das gleich direkt anders machen direkt mit der rakete drauf gehen perfekt okay wir haben jetzt gerade kurz überhand fragt sich nur ob wir die halten können und oder eben nicht weil er hat jetzt eben diese fünf elixier rausgehauen für den elixiersammler ja noch einen elixier filtern kann okay scheiße ich habe oberwasser gerade aktuell oder auch nicht gut ja ich weiß es nicht ich krieg sein turm als erster da und jawohl ich gehe jetzt hier auf die kronentower ob das so klug ist wird sich zeigen okay er hat wieder ein bisschen oberwasser also gerade aktuell hat er ein stück oder auch nicht okay ich habe echt oberwasser sogar okay ich weiß nicht warum ich kann es euch nicht sagen freunde ich kann es euch nicht sagen okay man was ist das gerade das ist echt ein bisschen bescheuert gerade weil kaum ob ich irgendwas ready hat er ist auch ready seht ihr das alter ist das gerade spannend aber er macht meine jetzt dauerne nein nein als ob oh mein gott alter wie geil wie geil war das mit der elf hp alter ja leute lasst auf jeden fall ein like auf dem video da kriegen wir 15 noch oben auf das video gibt es nächste woche ein kleines pack opening ja machen wir ein kleines pack opening von fünf riesentruhen oder so nur so ein gediegenes und ja ich bedanke mich fürs zuschauen lasst auf jeden fall 15 daumen oben da abonniert den kanal um nichts mehr zu verpassen und ich sage danke fürs zuschauen bis da dann tschau ja ja Vielen Dank.